Herzlich Willkommen, ein fröhliches Samo, und zurück zur Let's Play, Legend of Zelda. Au. Gott, das ist ein bisschen. Ich weiß, was wir hier machen müssen. Ich gebe zu, ich habe nachgesehen. Ja, es tut mir leid. Ne, wir müssen uns erstmal ein bisschen wieder auffüllen, bevor wir hier weitermachen können. Ähm, ich weiß, wie es geht. Und ich bin wieder einmal geschockt. Es ist wirklich so... Es ist so ein typisches... Äh, ernsthaft? Was man eigentlich nur wissen kann, wenn man das Spiel schon tausend Stunden Intrus hat, und wenn man jedes Geheimnis kennt und alles Mögliche ausprobiert hat. Ernsthaft? War mein Kommentar dazu. Ernsthaft? So, wir sehen uns das gleich an. Ich werde das gleich mal zeigen. Ich muss mich mal aufladen. Ich möchte gerne voller Herzen volles Mana haben. Und dafür schlachte ich erstmal ein Hut. Ähm. Schön getrellert. Ähm, wo kriege ich denn meine Mana her? Tschüss. Ähm. Habe ich schon mal eine Fee gebraucht? Nee, ne. Ah, ja. Jetzt hätte ich gerne noch Mana. Wo kriege ich das hier? Weil das brauche ich vor allem. Ohne Manni... Manni gar. Ohne Manni gar geht das nicht. Natürlich. Und dieser Stern auf dem Boden hat überhaupt nichts zu bedeuten mit dem, was man eigentlich machen muss. Das finde ich ein bisschen... Wo kriege ich denn nochmal Mana her? Verdammt. Ha. La 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 la. Wer gibt mir denn Mana? Ich hab doch noch gar keine Marnika mehr. Mann. Gib doch mal was rüber. Hm. Hier war auch nichts, ne? Auch ein bisschen komisch. Öh. Das wär's jetzt noch gewesen. Ich streif hier mal so lang umher, bis ich wieder Magiker voll bin. Ähm. Ich kann mich hier sowieso nochmal umsehen. Äh. So hab ich das nicht gemeint. Ich werd da dann wieder zurückgehen, sobald ich hier aufgeladen bin. Ach. Guck mal, da ist ja noch ein Teleport. So hab ich zu Hause auch mal Rasen gemäht. Den einlasse ich. Der Naturwege. Ist durchgefetzt. Müsst ihr denn noch überall drin stecken? Sag mal. Ist denn hier nirgendwo Mana für mich? Doch, ich weiß wo. Oder so weit weg. Hier nicht. Ja, pass auf. Dann machen wir das anders. Gehen wir zum Friedhof? Entweder da hin. Zum Friedhof können wir. Ähm. Ja, komm. Wir haben ja jetzt ne dritte Flasche. Dann werd ich mal eine mit einem blauen Saft füllen. Geh schon mal weg. Entschuldigung. Ach, ich war doch nur im Weg. Okay. Okay. Verdammter Wächter. Ach. Geh doch mal weg da. Mann. Zu. Ach so. Ich wollte zur Hexe. Die haben wenigstens immer was für mich. So. Ich hab ja genug Kohle. Ich weiß schon gar nicht mal wohin mit dem ganzen Geld. Moin. Ich nehm mal so nen Saft mit. Hö, danke. Ach. Bin ich schon überladen? Damit ich sie gleich trinken kann. Jetzt würdest du mir bestimmt sagen. Oh, das war jetzt über teuer. Warum hast du das jetzt gemacht? Weil. Aussufezeichen. Fertig. Tschüss. So. Jetzt sag ich zwar eine Fee weniger. Ich dachte schon. Aber. Dann können wir jetzt wenigstens. Weiter. Und zwar. Wo waren wir denn? Da? Was da? Gucken mal. Ich weiß es nicht mehr. Nee. Das ist jetzt noch gut. Wo war das denn? Guck, das war hier. Oh. Ähm. Muss irgendwo hier hinten gewesen sein. Tschüss. Und speichern. So. Jetzt sind wir dem Geheimnis auf der Spur. Ich hab doch gedrückt. Ach. So. Jetzt pass auf. Wir nehmen uns den hier. Dann nehmen wir uns den Eisstab. Es ist so blöd. Es ist einfach so blöd. Wer soll denn auf die Idee kommen? Es geht garantiert auch mit dem Somaria-Stab. Aber. Also wirklich. Also wirklich. Hab ich keine Worte für. Komm her. Okay. Ich träg's ja noch mehr. Äh. Wisch. Ach. Gottes Willen. Normal. Ich will die Herzen behalten. Okay. Okay. Oh Gott. Wenn ich da jetzt rübergehe, dann... Rot muss hoch. Wie krieg ich jetzt Rot wieder hoch? Da ist Rot unten. Äh. Okay. Ja. Rot muss wieder hoch. Ich lade im... Äh. Ich speichere mal noch nicht. Rot muss wieder hoch. Äh. Äh. Meins. Guck, guck. Okay. Okay. Äh. Hab ich jetzt einen Gang vergessen? Ich wollte hier drücken nochmal. Wie komme ich da hoch? Wenn ich da oben langlaufen würde, würde ich dann da hinkommen? Achso. Das kann ich auch nochmal versuchen. Ich spreche ja immer noch nicht. Achso. Äh. Au. Wozu? Komm. Machen wir das mal aus Spaß. Mal sehen, ob das was bringt. Okay. Wollte schon sagen. Ein bisschen Magika darf es mir auch mal übrig lassen. Ey, ich hab dich doch getroffen. Nein. Ach Gott. Du hast noch nicht gespeichert. Oh, Alter. Mhm. Ich wollte. Oh, Mann. Ach, jetzt bin ich da hier. Äh. Nein. Mann. Doch. So. Also das war jetzt schon mal richtig. Nur diesen Weg hätte ich noch nicht gehen müssen. Ich einfach nur den Hebel runterlegen. Das Blau, wie er unten ist. Und dann erst mal zurückgehen. Oh. Weil ich verblase uns meine ganzen Herzen hier. Genau. Und auf die Weise meine ich das. Und diese Augen, die sind auch so ziemlich, die sind auch ziemlich teuer. Ach Gott. Die brauchen immer vier. Das wissen wir jetzt auch schon. Hm. Und den oberen Weg, den nehme ich später. Ich gehe jetzt erst mal wieder zurück zu dieser komischen Kammer mit viel luftleerem Raum. Achso. Achso. Dann lade ich nochmal. Dann versuchen wir das Problem von hier zu lösen. So. Dafür komme ich jetzt gar nicht durch. Aber ich komme hier nach oben. Ach, Mann. Nochmal. Die ziehen so viel ab, die Augen. Da muss ich echt aufpassen. Kann ich auch rückwärts durchgehen? Kann ich auch rückwärts durchgehen? So. So. Pass auf. Hier rüber. Darüber. Äh. Und jetzt? Ähm. Bin ich da oben lang? Nee. Darüber. Gott. Gut. Ich will. Nein. Nein. Na. Uh. Mhm. Ja, sicher. Natürlich. Okay. Achso. Was war das denn? Ja. Ich liebe diese Rätsel. Die machen die Hexen mich groß. Das war Ironie, wer es gerade nicht gemerkt hat. Ähm. No, no, los. So. Ja, nochmal los. Verdammt. No, no, no. Ah. Nochmal. Auf weinen. Nochmal. So, warte. Ah. Nein. Ich trau mich auch nicht zu speichern, weil das so engen Momente sind. Wenn ich in einem Fall speichere, kann ich mich irgendwann schon vergessen. Okay, hier kann ich speichern. No. Nein, nicht. Nur nochmal die Hände weg. Soll ich springen. Nein. Ah, so ist richtig. Los, weiter. Hü, Lotte. Hü, ah. Jetzt bin ich wieder da. Ach, Gott. Schwerelos im Dungeon. Könnte ich das nennen. Mann, lass das doch mal. So. Kein Titel ausgedacht. Lass dir nur mal die Pfoten da weg. So ist es hübsch. Und so ist es hübsch. Und rüber da. Schön. Schöne Sache, Harry. Und wie jetzt? Ja. Ähm. Ich hab gespeichert. Okay. Hä? Was? Was? Plan. Hä? Mann. Mann. Ja. Ja, lass mich doch mal gucken. Oh. Ich hab... Ich hab keine Zeit, um zu überlegen. Das ist so nervig. Ja. Tschüss. Oh. Meine Güte. Wie viel Herz hab ich noch? Na gut, geht eigentlich. Gut, dann speichern wir mal. Alter. Ja, sicher. Ja. Und wo soll ich denn jetzt noch lang? Hä? Weh, du schmeißt mich runter. Hohoho. Ähm. Okay, verstehe. Hohoho. Und hier nochmal. Komm schon. Yeah. Yeah, Baby. Hu. Und was soll ich hier? In die Stacheln mit dir. In die Stacheln. Oh, was ist denn hier? Ah. Ah. Ja, na sicher. So eine Belohnung hätte ich gerne mal. Irgendwie. So irgendwas, was mir sagt, yo. Junge, gut, dass du hier reingegangen bist. Stolz auf mich. Warte. Was ist das? Was? Natürlich. Ach so, ja sicher. Wir haben die eine Kammer vergessen. Sollen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Wir haben die eine Kammer vergessen. Jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Ernsthaft? Ich habe gerade beschlossen, das wird eine Überlänge. Weil. Mit Ausrufezeichen. Jo, ne Buddel voll rum. Das hätte man ruhig ein bisschen hübscher machen können. So was wie hin, wo hin kommst du nur schlecht, aber zurück, ganz recht. Aber nein, du musst zurück jetzt genau denselben knackten Weg nochmal nehmen. Muss ich hier jetzt auch wieder so blöd zurück? Äh. Au. Au. Nein. Wie soll ich denn hier zurückkommen? Ach, Mann. Ich möchte die Aufnahme gerne nochmal starten. Ich komme hier doch niemals raus. Ich habe mal geladen. Ich muss ja irgendwie zurück. Und das am besten noch in einem Stück. Oh. Toll, jetzt darf ich den ganzen Mist nochmal zurücklaufen. Ach. Ah, ja, sicher. Oh, nee. Jetzt habe ich das so blöd geladen. Jetzt darf ich mich wieder hier zurückspeichern. Pff. 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 Jetzt hier nochmal durchspeichern. Müsse nochmal in diesen bergwürdigen Raum zurückkommen. Pff. 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 Ach so. Ja, sicher. Was war das denn? Ah. Ich werde jetzt kommen nicht ein Stückchen schneller zurück. Ach Gott. Ach so, das hätte ich so anders machen können. Äh. Mein Gott. Bloß speichern das. Verdammtes Spiel hier. Äh. Aber wenn ich... Mir fehlt ein Schlüssel. Wenn ich das so richtig zähle... ...fährt mein Schlüssel. Und ich werde jetzt hier drüben einen und noch einen verwenden, glaube ich. Schauen wir mal. Dann kann ich eigentlich getrost immer rausgehen. Äh. Okay. Okay. So. Spaß. Na. Wer das Herz nicht ehrt. Kuckuck. Dabei hätten wir fast den tollen Preis gehabt, weil der große Schlüssel fehlt. Ach so. Ja, sicher. Hä? Habe ich denn das gerade gemacht? Moin. Du, Speicher. Okay, ich habe noch einen Schlüssel. Das könnte passen. Aber ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Natürlich, rüberspringen. Wie eben schon. Natürlich. Ah, oh Gott. Schießt du? Schießt du auch? Wann schießt du denn nicht? Ich schieße immer. Oh, oh, oh. Okay. Das heißt, der zuletzt. Oh, oh, oh. Wenn die nicht alle im Weg stehen würden, diese Töpfe. Nochmal. Vielleicht nochmal. Nochmal. Nein. Ja. und jetzt wie das war gehört das zum Zeitschalter dazu äh guck mal warum werde ich das war ja merkwürdig gerade guck mal ich werde nach rechts weggedrückt ich mach gar nichts was soll ich hier ein Hohn es ist ein Hohn au die brauche ich das war schwer nötig so ich hoffe da kommt kein Boss hier noch irgendwo ich ahne dass das hier die Kugel ist ich bekomme um in den nächsten Tempel zu kommen so jetzt darf ich nochmal diesen blöden Weg gehen rot ist unten ich hoffe das ist jetzt richtig natürlich nicht rot muss oben sein damit ich da durchkomme ich hab immer lieber den Haken in der Hand was hab ich ihm noch gesagt oh Gott nochmal runter mir herzen sparen gewinner der herzen na also geht doch oi 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 ich wollte es aber auch wissen ich wollte es echt wissen ich hätte die auf dem Schneck stoppen müssen aber wisst ihr was wir machen das jetzt ha bis zur nächsten Folge tschüss